Heute diskutieren wir darüber, dass jetzt alle Sitz im Ständerat besetzt sind, wagen die Gesamtbilanz dieser Wahlen und schauen vor allem auch, was das für alle Neue bedeutet im Parlament. Wir diskutieren darüber, was im Bericht steht von der Geschäftsprüfungskommission zu den sogenannten Corona-Leaks. Und wir schauen an, warum am letzten Freitag 10'000 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten auf die Strasse gegangen sind. Mein Name ist Mateo. Ich bin Cedric und das ist Meier-Wermut am 20. November 2023. So, die eidgenössischen Wahlen sind definitiv vorbei. Gestern, letzte Runde, Ständeratswahlen in vier Kantonen sind am Schluss noch gewesen. Tessin, Solothurn, Schaffhaus und Aargau. Stimmt das, haben wir richtig zusammengebracht. Und Zürich. Zürich, ja. Zürich, fünf Kantonen. Tatsächlich, schau jetzt, fünf Kantonen. Ja, wir müssen vielleicht schnell auseinandernehmen. Bei Land von gestern kann man sagen, dass für uns das sehr erfreulich ausgegangen ist. Wir haben einen Sitz in Solothurn verteidigt. Franziska Ros, rot verteidigt den Sitz von Roberto Zanetti. Was viele zumindest von aussen als zumindest kritisch angeschaut haben. Doch dann sehr deutlich gestern gegen Christian Imark. Zweitens die grosse Überraschung Schaffhausen. Der Simon Stocker, ehemaliger Stadtrat, schlater Thomas Minder. Zwölf Jahre. Zwölf Jahre ist der Entständer-Akkord nach der Abzocker-Initiativen gewählt worden. Das ist sehr überraschend. Einen grossen Erfolg. Andere Kantone sind mir auch nicht mehr so wahnsinnig im Vordergrund gestanden. Zürich, Tiana Moser für die Grünliberalen. Die SVP im Kantonarga mit Marianne Binder. Beide, die von uns unterstützt wurden. Beide unterstützt von uns, genau. Und im Tessin leider rot-grün Chancenverlust. Und wir sagen, die SVP und Marco Geser, der FDP, machen den Sitz. Aber trotzdem, um vielleicht einleiten, alles in allem. Vor diesen Wahlen konnte man überall lesen, Die SVP läuft quasi zu verlieren im Ständerat. Jetzt haben wir zwei mehr gegenüber dem Ende der letzten Legislatur. Und die SVP, kann man auch sagen, ist jetzt ziemlich flächendeckend gescheitert mit ihren Kandidaturen. Ja, sie sind sehr gescheitert. Sie haben gestern, abgesehen von ihrem Parteipräsidenten im Tessin, Marco Geser, niemanden reingebracht, obwohl sie überall angetreten sind. Auch mit, ich sage es mal, hochkarätigen Kandidaturen. Sie konnten ja schon nicht in den letzten Monaten nur überall lesen, dass die SVP scheitern wird. Wir haben, wo wir ehrlich sind, auch zeitweise selber ein bisschen bibern gehabt, ob wir es arbeiten. Wir haben zeitweise sogar bibern, ob wir es wirklich arbeiten, die Gruppenstärke einzuhalten. Das heisst, mindestens fünf Ständerätinnen und Ständerat können es behalten. Jetzt sind wir bei 9, 10. Die ist ganz knapp letzte Woche nicht gewählt worden. 900 Stimmen. Aber die neun Sitze der SVP sind hart verdient, würde ich sagen. Und wenn man jetzt so die Bilanz anschaut, von wie hat das Ständerat gerade Ende der Legislatur ausgesehen und wie sieht er jetzt ab dem Dezember aus, dann kann man sagen, dass wir als die Partei rausgehen, die am meisten zugelassen haben. Zwei Sätze. Zwei Sätze. Ich habe gestern behauptet, es sind das zweitbestes Resultat in der Geschichte. Jetzt sind es drittbestes Resultat in der Geschichte. Aber immerhin. Zwischen 9 und 12 haben wir maximal gehabt. Und jetzt neun. Mit einem sehr grossen Abstand ist die Mitte die grösste Partei im Ständerat. Oder ist das jetzt schon immer quasi 14 oder 15 Sitze. Die FDP ist eigentlich quasi angetreten, um zweitstärkste Partei zu werden. Aber vor allem auch zweitstärkste Partei im Ständerat. Respektive sogar stärkste Partei im Ständerat. Sie wollten eigentlich die Mitte überholen. Das ist überhaupt nicht gelungen. Sie sind jetzt, glaube ich, bei 11 Sitz von 46. Also wir knapp dran aufholen, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen Potenzial für die vier Jahre. Ja, das darf man verraten. Matthias hat gesehen, mit dem telefoniert. Und ich habe gesagt, jetzt nervt meinen Freiburger noch mehr. Und dann hast du gesagt, ja gut, dann haben wir 27 noch etwas zu tun. Das ist immer noch nicht zu tun. Man kann das auch sein Potenzial. Aber ich finde, zwei Erkenntnisse müssen wir diskutieren. Das eine ist, tatsächlich, und ich merke, wir haben zum Teil den Fehler, glaube ich, auch gemacht in der Einschätzung, man überschätzt völlig, wie sich das Land in den letzten 10 Jahren verändert hat. Es sind nicht mehr einfach, wir spitzen es ein bisschen zu, alte, weisse Männer, die vor einer Regierungsrexie sind und gewählt werden. Man kann mit sehr diversen Personen, zum Beispiel mit Franziska Roth, einen Ständerat-Sitz in einem konservativen Kanton holen. Man kann mit einem jungen Mann, mit Simult Stocker, in einem eher konservativen Kanton, mit Schaffhausen, der Sozialdemokratischen Tradition, aber man kann mit der Tana Angelina Moser einen Sitz holen. Ja, der Flavio Wasserfall im Kanton Bern sind das Netz-Ergebnis gemacht. Genau, ein grandioses Ergebnis. Und das Zweite doch dann auch, was brutal gescheitert ist, ist die Unterwerfungsstrategie der FDP gegenüber der SVP. Ja. Also ich meine, Sie sind ja an ganz vielen Orten Ihre Kandidaturen zurückgezogen. Zum Beispiel im finanzstarken Kanton Zürich. Zürich. Sie haben sie in ein Auto zurückgezogen. Zu Gunsten des SVP-Kandidaten, mit dem sind sie kläglich gescheitert. Genau das Gleiche übrigens auch in Solothurn. Schaffhausen auch. Sie ist quasi die junge Kandidatin genötigt worden, sich zurückzuziehen von den FDP. Es hat sicher aber auch ein paar dazu gebracht, den Simon Stocker von uns zu wählen. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir uns wirklich freuen über diese Sieg, wer muss tropfen, sind die Verluste bei den Grünen. Lisa Mason letzten Sonntag wirklich ein herber Verlust ist für den Ständerat, auch für die linke Seite. Bleibt der Ständerat ein schwieriges Pflaster, um die soziale Schweiz zu stärken und in der Gleichstellung insbesondere auch voranzugehen. Aber, das ist vielleicht noch die dritte Bemerkung, es hat so einen höheren Frauenanteil im Ständerat wie noch nie. Tatsächlich. Das ist Rekord mit 15 oder 16 Sitz, glaube ich. Nein, um es fast um 10. Also es ist jetzt noch längstens nicht die Hälfte, aber es gibt auch da noch Luft gegen oben. Ja, das meine ich. Also es gibt die Bewegung, wenn man Delegationen anschaut, wie zum Beispiel in Neuenburg, wo man jetzt eigentlich eine junge linke Frau und einen jungen linken Mann haben, das hat es so vor 10 Jahren nicht gegeben. Oder chancenlos in dieser Alterskategorie, in dieser Aufteilung. Jetzt eben auch, was gestern passiert ist, das gibt schon Bewegung. Also das finde ich positiv, das wird aufgebrochen. Trotzdem, es ist klar, es bleibt ein konservatives Gremium. Man muss sagen, die Verschiebung, aber am Ende vom Ständerat, hat es wahrscheinlich, also wir werden es sehen, wahrscheinlich ein bisschen weniger krass als im Nationalrat. Im Nationalrat dürfte es weniger Spieler umgehen in der Gesamtbilanz, als man das kennt. Das haben wir aber schon diskutiert. Interessant ist vielleicht noch zu wissen, was wir jetzt mit den Neuen machen. Genau. Nächsten Freitag treffen wir uns zum allerersten Mal als neue Fraktion, die gewachsen ist auf 50 Personen jetzt. 41 Personen aus dem Nationalrat, 9 Personen aus dem Ständerat. Es werden zum letzten Mal auch die noch dabei sein, die jetzt in dieser quasi fertigen oder ablaufenden Legislatur noch dabei waren. Wir werden uns von Ihnen verabschieden, bei einem sicher guten Festen auch am Abend. Aber, bevor wir, nicht öffentlich, nicht öffentlich genau, bevor wir aber feiern, werden wir noch als neue Fraktion darüber diskutieren, ob wir für die Bundesratswahlen mit einem Zweier- oder Dreierticket oder wie gross noch ein Ticket wird sein, werden antreten. Und dann am Samstagmorgen früh, nach dem Fest werden wir darüber diskutieren, wer für die SP in die Bundesratswahlen steigt. Und das dürfen dann quasi die entscheiden, die bei der Wahl am 13. Dezember dabei sind. Es ist übrigens lustig, auch ohne intern noch zu verraten, das ist jetzt meine dritte Erneuerungswahl. Und jedes Mal ist die gleiche Diskussion, wer darf bei dieser vorbereitenden Fraktionssitzung überhaupt noch stimmen und wählen, weil das sind die alten sogenannten und die neuen noch zusammen. Und es ist immer die Diskussion, sollen noch die abstimmen, was ich meine, die dann am Schluss der Bundesrat auch wählen, oder dürfen die alten auch noch, weil die formell ja noch im Amt sind, bei dem 5. Dezember. Die Diskussion haben wir jetzt das mal gelöst, mit dem entsprechenden Reglement. Die neuen haben sich übrigens eigentlich schon mal getroffen, letzten Freitag, halt ohne die jetzt, die nachrutschen, Farah Rumi, zum Beispiel im Solothurn, übrigens auch sehr, sehr eine interessante Entwicklung, wie Franziska Roth gewählt worden ist, rutscht das erste Mal jemand mit frilankesischen Wurzeln, eine junge Frau, Pflegefachfrau, nachher im Parlament. Das ist auch ein Zeichen, glaube ich, von einer soziologischen Veränderung. Die haben sich schon getroffen, am Freitag, und jetzt am nächsten Freitag das erste Mal, hoffentlich dann mit allen. Mit allen. Wir werden die Session, die dann kommt, vorbereiten, wie man das immer macht an den vorbereitenden Fraktionssitzungen, die grossen Geschäfte diskutieren. Das aber sicher alle wissen wollen, und was aber am Freitag noch nicht entschieden wird, ist, in welche Kommission sie kommen, also in welche thematische Arbeitsgruppe vom Parlament sie kommen. Das ist noch im Aushandlungsprozess, kann man so sagen, weil auch Parteien, also alle Parteien zusammen im sogenannten Büro, müssen jetzt diskutieren, welche Fraktion, also welche Partei, hat wie viel Sitz in welcher Kommission. Und nachher, haben wir alle, Parlamentarinnen und Parlamentarier, quasi können eine Prioritätenliste nachgeben, welche so unsere Wunschkommission ist. Und da haben jetzt das Fraktionspräsidium wirklich anspruchsvolle, auch undankbare, aber sehr schwierige Job, ja, eine gute Auswahl zu treffen, alle Leute halbwegs zufriedenstellen für die Kommission. Aber ich glaube, einerseits ist es schon wichtig, welcher Kommission man sitzt, logischerweise für die Arbeit, die man nachher macht, aber es bleibt allen offen, sich in den gewissen Themengebieten auch zu engagieren, wenn man nicht in der Kommission sitzt. Ich finde, muss ich für zwei Sachen erklären. Also das eine ist, das ist wirklich, ich weiss nicht, ob man das von aussen nachvollziehen kann, eine hochemotionale Geschichte. Also ich kann ja verraten, ich habe vor 8. April und bei der Roger angerufen, hat er gesagt, ich bin Berlin, und ich bin Berlin. Nein, einfach bitte. Also das ist wirklich jedes Mal ein Riesenpuff, weil alle haben klare, also die meisten, klare Vorstellungen, was wollen sie, ohne jetzt, die jetzige Verteilung haben wir noch nicht gesehen, das macht das Fraktionspräsidium, aber meistens zum Beispiel Sozialpolitik und Gesundheit ist sehr gesucht, oft Wirtschaftspolitik, sehr gesucht, viel zu viele Leute, das wollen und wo alle zu Recht überzeugt sind wegen ihrem beruflichen Engagement, wegen ihrem gewerkschaftlichen Engagement, was auch immer, dass sie quasi müssten in dieser Kommission sein und es gibt die ganze Karriere von Leuten, die nie in die Wunschkommission gekommen sind und darum ist das viel, ich kann mich erinnern, weil ich Vizepräsident von der Fraktion wurde bei der Letzten Legislatur, das ist wirklich, ich bin in Hamburg mit meiner Familie, morgens um halb zwei am Telefon an einem Konzert, da müssen das mit dem Roger und Nadine irgendwie so nach dem dritten Bier noch lösen, weil es einen halben Aufstand gibt, man hat das Reglement jetzt ein bisschen geändert, aber es ist immer sehr emotional und ich bin nicht ganz einverstanden, wie du mir Schluss gesagt hast, natürlich kann man sich bei allen Themen einbringen, aber ehrlicherweise es ist extrem schwierig und ob du bei komplexen Geschäften wie zum Beispiel jetzt keine Ahnung, Bücher, Altersvorsorge, Altersvorsorge, Finanzierung vom Gesundheitssystem, nicht von Anfang an in der Expertinnen und Experten Diskussion wirklich dazukommen ist fast chancenlos. Nein, das ist sicher so, aber ich will wie auch sagen, einerseits gibt es vielleicht im Laufe der Zeit auch noch Möglichkeiten für einen Wechsel und wenn man aber an einem Thema dranbleibt, man durchaus auch mit Vorstössen oder mit Auftritten kann sich informieren, auch kann dranbleiben und dann vielleicht irgendwann mal eine Chance haben, in die entsprechende Kommission zu kommen. Also man kann sich ein bisschen darauf vorbereiten. Ich weiss wirklich noch, vor acht Jahren wäre ich vorgesehen für eine andere Kommission und ich dachte, nein, das möchte ich wirklich einfach nicht und dann habe ich in letzter Sekunde noch mit jemandem wechseln, die Kommission wechseln und bin dann in die Finanzkommission gekommen und ich muss sagen, ich habe es eigentlich in den ersten vier Jahren einen super guten Einblick gefunden, wie die Verwaltung funktioniert, für was man wie viel Geld ausgibt und mit dem wollte ich sagen, du hast vorhin angesprochen, es gibt so diese grossen Kommissionen, Sozial- und Gesundheitspolitische Kommission, Wirtschaftskommission, Umweltkommission, und wo alle hinwenden, aber zum Teil weiss man gar nicht, was passiert eigentlich in den anderen Kommissionen und am Schluss gibt es eigentlich, glaube ich, in fast jeder Kommission ein Themengebiet, das extrem spannend ist und man sich vielleicht auch plötzlich für etwas interessiert, was man vorher nicht gedacht hat, bei mir ist das zum Beispiel der Zoll gewesen, das war der Zollsatzgebiet, der mich dann plötzlich interessiert hat. Aber ich finde schon, das ist auch ein mediales Problem und ich betone es auch überall und ich kann oftmals, das sind die völlig bescheuerten Sätze, die einflussreiche Wirtschaftskommission und das ist eine völlig überschätzung, oder fehlschätzung, das Parlament funktioniert. Im Parlament ist immer gerade die Kommission wichtig, die ein wichtiges Geschäft hat. Das kann aber das Sexualstrafrecht sein, das in der Rechtskommission ist, dann ist die ganze Fraktion die am Bearbeiten, die in dieser Kommission sind, wie sie es alle gegeben haben. Das kann Steuervorlagen bei uns sein, das halten sie noch. Oder die politische Kommission, die jetzt niemand erwartet hätte. Genau, in dieser Situation, das ist richtig, was wir neu machen, letztes Interna, das, was mit Matheo passiert wäre, ist nicht möglich. Wir haben entschieden, dass die neu gewählten, weder die Geschäftsprüfung noch in die Finanzkommission direkt kommen, sondern sie kommen sogar in die Legislativkommission, also wo sie Gesetze bearbeiten können. Das ist ein bisschen der Nachteil der Finanzkommission. Die ist zwar einflussreich im Budgetprozess, hat aber wenig eigene Gesetzgebungen. Was man auch noch sagen kann, ist, dass die Neuen nicht jetzt da ins kalte Wasser geworfen werden. Sie werden schon ins kalte Wasser geworfen, ich glaube das. muss man so sagen. Aber ihnen wird eine Schwimmerin und eine Schwimmer an die Seite gestellt, die schon ein bisschen länger dabei ist. Genau. Die ist schon länger im Parlament und für Rat und Tat und Fragen zur Seite steht ein Götti-System. Ein Götti-System, kann man sagen, ein Götti-Gotti-System. Ich glaube, es ist schon recht hilfreich, wenn man dann in das Haus reinkommt was gibt es für alles für Vorstössmöglichkeiten und wo ist was. Das weiss bis heute nicht, warum in der Bundesrepublik. Ja, jetzt Ende die Legislatur geht. Ich habe angefangen. Genau. Aber ich freue mich extrem. Ja, neue Fraktion. Ich auch. Werden Sie berichten, wie es sich anfühlt. Kommen wir zu einer Aufsichtskommission, die eigentlich sehr wichtig ist, weil sie nämlich das Geschäft der Verwaltung des Parlaments überprüft. Auch genau mal heranschauen, wenn etwas nicht so gut läuft. Die sogenannte Geschäftsprüfungskommission und die hat sich Anfang des Jahres ein Mandat gegeben, die Geschäftsprüfungskommission vom Nationalrat und die Geschäftsprüfungskommission vom Ständerat sind zusammengesessen und haben aus denen eine sechsköpfige, nein, neunköpfige, sechsköpfige Arbeitsgruppen gemacht, bestehend aus unterschiedlichen Parteien, wo sich dem Corona-Leaks quasi gewidmet hat und versucht hat herauszufinden, nicht auf einem juristischen Weg, für das gibt es Strafverfahren, sondern auf einem politischen Weg herauszufinden, ob sie können schauen, wer die Informationen geliegt hat. Ich muss vielleicht sagen, woher das gekommen ist. Nennen wir es mal Medienberichterstatt, wir haben dann gerade zur Einordnung gegeben, die behauptet hat, aus dem laufenden Verfahren heraus, es haben viele sogenannte Leaks, das heisst, herausgegeben vertrauliche Informationen aus dem Departement des Malabersen insbesondere, gegeben. Es gab dann auch schon Untersuchungen von einem ausserordentlichen Staatsanwalt, der es angeschaut hat, der hoch umstrittig war, haben wir auch schon diskutiert, Herrn Martin, der inzwischen der dritte Sonderstaatsanwalt musste eingesetzt werden, in der ganzen Geschichte, weil es nicht klar ist, wer mit welchen richtigen Instrumenten gearbeitet hat. Massive Eingriffe in Persönlichkeitsrechte vom ehemaligen Kommunikationschef, etc. Jetzt geht es nur um die parlamentarische Untersuchung, die ist keine strafrechtliche, was wir sagen, das ist nur zum Empfehlungen formulieren am Bundesrat, ich soll damit umgehen. Ganz kurz, noch ohne Bewertung, das hat sie festgestellt, etwa 50 Sitzungen vom Bundesrat haben stattgefunden im engeren Sinn zu Corona. Aus 38 Sitzungen, und das ist schon noch beidrückend, sind vertrauliche Informationen vorher oder nachher ausgegangen. Es waren, glaube ich, etwa 200 sogenannte Leaks, die die Geschäftsprüfungskommission festgestellt hat. Und sie hat sie festgestellt, indem sie weitreichende Medienanalysen gemacht hat oder machen lassen hat, in dieser Zeit, eines ist wirklich eigentlich alle Printmedien durchgeforscht hat, nach möglichen Leaks, dort wird aber relativ wenig statt, in wer der Informant oder die Informantin ist. Sie haben, das ist gar nicht im Kopf, aber unzählige Gespräche geführt, einerseits Gespräche mit allen Bundesräten, also allen sieben Bundesräten, mit Bundeskanzlern, aber zum Teil auch mit Mitarbeiterinnen von Departementen und sind dann aber nachher zum Schluss gekommen, dass sie insbesondere Alain Berset vollständig entlastet, sie haben keinerlei Belege gefunden, dass sein Innendepartement eine Quelle ist für Indiskretionen im Rahmen von diesen Corona-Links. Der Vorwurf war ja, es gab quasi unrechtmässige Kontakte, insbesondere zum CEO von Rigno, das soll man sagen, das war überall in den Medien, zum Mark Walder. Die Kommission stellt fest, es hat viele Kontakte gegeben, viele aber auch im Rahmen von Projekten, die Rigno zu Recht oder nicht zu Recht, aber es muss man schon diskutieren, versucht hat, eine wichtige Rolle zu spielen, im Rahmen dieser Pandemiebekämpfung. Das ist tatsächlich ein naues Problem. Zum Beispiel eine Impfkampagne ist eine Erfolgssituation. Genau, mit anderen Chefredaktoren. Dort übt die Kommission nicht zu Unrecht Kritik an einer gewissen, zumindest kann man sagen, Erklärungsbedürftigen Nähe, aber relativ klar, und das finde ich das Zentrale, das hast du gesagt, Alain Berset freigesprochen, das andere ist, die Leaks sind ein enormes Problem in der ganzen Breite der Bundesverwaltung. Das haben wir auch sagen können, während Corona hautnahe mitbekommen. Zum Teil konnte ich live in der Online-Media nachlesen, was wir während der Kommissionssitzung besprochen haben mit Statements, also wirklich eins zu eins. Und muss ich sagen, ein fahler Beigeschmack bleibt. Man hat sehr intensiv das Innendepartement von Alain Berset untersucht, wie das öffentlich in der Kritik gestanden ist, aber man hat weitgehend darauf verzichtet, zu schauen, bei den anderen sechs Departementen könnten die, eine potenzielle Quelle sein. Das finde ich doch fragwürdig. Das hat mich extrem irritiert. Ich habe am Freitagabend, nicht, dass ich es nicht anders gesehen hätte, aber ich habe am Freitagabend den Bericht gelesen, nachdem die Kinder im Bett waren. Der ist über 100 Zeit lang. Mit Anhängen über 100 Zeit lang. Und ich habe angefangen und es ist immer nur vom Innendepartement gedreht und relativ gegen Ende kommen dann noch so, wie die anderen Departemente damit umgegangen sind. Aber es wird sehr deutlich aus dem Bericht und sie schreiben das auch noch immer, dass sie quasi keine Hinweise gefunden haben, die sie dazu genötigt oder geführt hätten, auch bei den anderen Departementen die E-Mail-Kontakte zum Beispiel von persönlichen Mitarbeitern oder Kommunikationsverantwortlichen. Das wurde ausschliesslich in meinen Departementen gemacht. Übrigens wurden die E-Mails von Alain Berset durchforstet von einer kleinen Gruppe. Da stellt sich schon die Frage, ob es die Verhältnismässigkeit von einem Bundesrat gibt, die E-Mail-Kontakte zu gewissen Personen sehr genau an. Und bei allen anderen sechs Departementen oder Bundesräten sagt man, da lädt man es auch bei ein paar Gesprächen mit den Bundesräten. Da stellt sich schon die Frage, ob es eine politisch gefährbte Untersuchung am Schluss. Es gibt auch Leute, die das noch viel härter beurteilt haben. Wir sind noch grosszügig und finden, dass man die Geschäftsführungskommission härter kritisieren für die parteiliche Art und Weise. Die Geschäftsführungskommission sagt, es wäre zu viel Aufwand gewesen. Trotzdem muss man sagen, seit wir im Präsidium sind, da gibt es ein sogenannte Vottenweg-Gespräch zum Beispiel, wo man sich regelmässig trifft, sind die Leaks und die undichten stellen nicht nur bei Corona immer ein Thema und ich glaube das schon, es ist ein reales Problem für das Funktionieren einer Landesregierung. Also ich würde, nur zu mir das sagen, nie den Journalistinnen und Journalisten wollen einen Vorruf machen, das ist ihr Job, aber dass man sich gegenseitig versucht zu schaden im Bundesrat, indem man Infos rausgibt, das hat sich leider recht eingepuliert, muss man zur Kenntnis nehmen. Absolut, aber es ist nicht ein Problem, der Geschäftsprüfungskommission respektive die Arbeitsgruppe davon, das ist eine sechsköpfige Arbeitsgruppe plus noch ein Sekretariat, der sie unterstützt bei dieser Arbeit. Also ein sehr kleiner Kreis von Leuten, die Zugang zu Informationen Sie konnten die Dokumente nicht zu Hause kopieren, sondern zum Teil wirklich in Räume, in denen sie nicht einmal ein Handy oder ein Computer mitnehmen durften. Also alles top secret quasi. Und trotzdem sind aus dieser kleinen Arbeitsgruppe noch die Öffentlichkeit in den letzten Wochen zu dieser Arbeit von dieser Geschäftsprüfungskommission und zu diesem Bericht. Das stellt sich schon die Frage. Also ich meine, so kann man nicht richtig arbeiten. Das ist kreditiert der Job. Ja, wenn man nicht mal in so einem kleinen Kreis funktioniert. Die politische Abhandlung ist jetzt quasi fertig. Was noch ausstehend ist, sind die Strafarzeigen, die noch im Raum sind, insbesondere auch gegen den Kommunikationschef. Das zieht sich jetzt extrem in die Länge und hoffen, dass man bald zu einem guten Abschluss kommt. Und das darf man sagen, das unterstützt man sicher auch. Die Kommission hat sogenannte Empfehlungen gemacht, ich glaube, ein Stück, wenn es mir recht ist, wie der Bundesrat das soll machen. Vor allem, dass er das ernsthaft angehen soll. Und das ist sicher richtig, dass man das macht. Und der Bundesrat wird müssen, das habe ich vergessen, die Frage nicht, aber eine Antwort geben. Bis im Freiburg, glaube ich. Doch, nur so kurz. Ja, ich glaube, das redet ich rasch, also Februar, März. Weil ich empfehle, dass er die umsetzen will. Das heisst, grundsätzlich, die Frage, wie geht man mit Leaks um, die wird weitergehen. Freitag, das war jetzt nicht ein Leak, gewesen, was am Freitag passiert ist mit dieser Demo. Genau, es bleibt aber im Innendepartement respektiv für Gesundheit. Vielleicht muss man am Anfang anfangen. Die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeutinnen in diesem Land arbeiten mit sogenannten Pauschalen. Also die haben eine Tarifstruktur, die seit 1997 gültig ist, also seit bald 25 Jahren. Sehr lang, keine Änderungen mehr gehabt. Nach dieser Tarifstruktur können sie Abrechnungen machen auf ihren Leistungen. Das funktioniert nicht nach dem zeitlichen Aufwand, sondern sie bekommen eine Grundpauschale über. Es gab mehrere Anläufe, dass Tarifpartner, so funktioniert die Gesundheitsversorgung, dass Tarifpartner, namentlich den Physiotherapeutenverband und Krankkassen neue Tarife ausarbeiten, die bei dem Aufwand gerechter werden, die sich der Lohnentwicklung anpassen. Und das ist jetzt mehrfach geschittert in den letzten Jahren. Und jetzt hat der Bundesrat oder das Bundesdepartement zuständige den August zwei Varianten über Nebenlassung gegeben, wo sie neu eine zeitliche Komponente, also eine zeitliche Abrechnung einführen. Die eine Variante ist, dass es eine Grundpauschale gibt für die ersten 20 Minuten und nachher für die weiteren 5 Minuten, die sie machen. Die andere Variante ist, dass es zwei Tarifen gibt. Die eine ist für 30 Minuten und die andere für 45 Minuten. Und da haben Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten befürchtet, und das teile ich weitgehend auch, dass es zu Lohnkürzungen kommen kann, in einer eh schon schwierigen Einkommenssituation. Also wie die Zeit nicht langt. Weil die Zeit nicht langt und weil sie quasi einfach zu wenig verdienen, für das, was sie dann leistet. Und haben deswegen in den letzten Monaten über 280'000 Unterschriften mit einer Petition gesammelt, die sie jetzt auch am letzten Freitag eingereicht haben. Wie gesagt, bei einer Demo, in der mehrere Tausend Physiotherapeuten auf die Strasse gegangen sind. Recht beeindruckend. Ja, ehrlich gesagt, hat man auch recht unter dem Radar gelaufen in der medialen Wahrnehmung. Das ist doch ein Verband, der ehrlich gesagt nicht so politisch unterwegs ist, zumindest nicht in dieser Dimension. Was ich nochmals richtig verstanden habe, ist, dass mein Spezialgebiet darf ja der Bund, also wenn man fragt, warum hat es so lange der K-Passung gegeben, der Bundsrat darf ja nicht, solange sich offensichtlich Tarifpartner, das ist genau eine Regelung, nicht einigen. Also alle konnten nicht vor zehn Jahren kommen und sagen, ich mache jetzt einfach einen neuen Tarif. Also Sie sind eigentlich schon, man behauptet mich nicht auf die Jahre, aber Sie sind eigentlich schon vor bald zehn Jahren verpflichtet gewesen als Tarifpartner, also die, die die Leistung erbringen und die, die die Leistung zahlen, nämlich Krankenversicherungen zusammensitzen und neue Tarife auszuarbeiten. Und das Gesetz, die müssen sich einigen. Genau, und das ist gescheitert, das ist mehrfach gescheitert. Und darum hat Alain Berset, damals auch schon zuständig, schon 2016 und dann auch nochmal 18, quasi die Tarife, die wir uns geholt haben, selbst in die Hand genommen und nochmal bestätigen. Und jetzt ist eigentlich zum dritten Mal, haben sich die Tarifpartner wieder nicht einigen für eine Gesamtrevision und jetzt hat der Bundesrat gesagt, gut, und das ist auch quasi sein Recht, jetzt nehmen wir die Fäden in die Hand und machen einen Vorschlag. Aber das Ziel, und ich finde, das haben wir auch als SP klar gesagt, das Ziel muss nach wie vor sein, dass sich Tarifpartner eigentlich einigen. Warum, also zwei Sachen, warum, erstens, braucht es denn diese Zeitkomponente, woher kommt die Idee und was ist denn genau die Angst von den Physiotherapeutinnen und Therapeuten quasi nur in Anführungs- und Schlusszeichen, weil man eine Zeittabelle einführt, muss, dass sie ja noch nicht, zumindest für den Laien, automatisch zu tiefer an Löhnen führen. Also wenn ich angefangen beim Ersten, ich finde es, und das steht eben in der Vernehmelassung richtig so, dass man wegkommt von einer Regelung, die quasi keine Zeitkomponenten inhalt, weil das ist, von dem profitieren Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die ganz kurz behandeln, die kriegen ja dann quasi eigentlich mehr über als die, die sich Zeit nehmen für die Patientin und die Patientin und dementsprechend weniger in einer Stunde behandeln. Also finde ich es richtig, dass man eigentlich nach Aufwand, nach zeitlichem Aufwand neu abrechnet. Was natürlich befürchtet wird, ist, dass das eine versteckte Lohnkürzung beinhaltet, in dem Sinn, dass die Tarifs funktionieren nach sogenannten Taxpunktwert oder nach sogenannten Taxpünkt und je nach Kanton wird das dann multipliziert mit einem Taxpunktwert, was dir am Schluss quasi Franken und Rappen gibt, den du bekommst. Also man sagt eine bestimmte Leistung hat irgendeinen Wert und das wird multipliziert. Irgendwie 50 Taxpunkte. Okay. So. Und wenn das nicht angepasst wird, kann das natürlich, oder nicht genügend angepasst wird, kann das natürlich zu tieferen Löhnen führen. In einer Branche, wo ja eigentlich schon seit 25 Jahren die gleichen Werte gelten und keine Teuerungsanpassung und nichts hatten. Sie mussten zum Teil eine Gerätschaft kaufen, die teuer sind und wo sie jetzt nichts dafür bekommen. Und dass die Angst da ist, dass sie am Schluss nochmal ein bisschen weniger verdienen, das kann ich absolut nachvollziehen. Vor dem, ich glaube, ich müsste eigentlich eine Antwort ziehen, man macht eine Zeitkomponente, weil das transparenter ist, auch gegenüber den Patientinnen und Patienten, gegenüber den Versicherungen, aber auf einem Wert, der ihnen einen guten und anständigen Lohn ermöglicht, der auch das abbildet, was sie an Ausbildungen, Weiterbildungen und so weiter leisten müssen. Und wie geht es denn jetzt weiter, das kommt zu Ihrer Kommission? Das ist jetzt, am letzten Freitag ist die Vernehmlassung von den verschiedenen Varianten abgelaufen und der Bundesrat wird das jetzt anschauen und da hoffe ich schon, dass man zu einer Lösung kommt. Es wird, meinst du wissen, eigentlich nie zu unserer Kommission kommen. Wir in der Kommission ja, beraten nicht das Gesetz zu dem Beraten. Was man vielleicht auch noch sagen kann und den Ärger darüber verstehe ich auch, es ist jetzt ein bisschen angestossen worden, weil im Vergleich zu anderen Bereichen in der Gesundheitsversorgung die Physiotherapie in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Also vom Kostenanteil der Gesamtentwicklung? Vom Kostenanteil. Also allein einfach quasi bei ihnen ist es einfach recht angestiegen, überdurchschnittlich. Also viel mehr Leute zu nehmen Physiotherapie. Achso, mein Anspruch. Aber die Physiotherapie macht irgendwie dreieinhalb Prozent von den gesamten Gesundheitsleistungen aus. Auch wenn man dort einen überdurchschnittlichen Anstieg hat, ist das Einsparpotenzial dort trotzdem immer noch sehr viel geringer, als wenn man genau gleich gut hinschaut, bei dem Endikamentenpreis zum Beispiel. Zum Beispiel. 20 Prozent ausmachen. Und von dem her verstehe ich die Ärger auch, sagen, hey, jetzt muss man schon wieder bei uns Abstrich machen oder bei uns wird genau hingeschaut und bei uns wird irgendjemand kritisiert. Am Schluss auch unsere Arbeit nicht wertgeschätzt und sie fühlen sich als das, obwohl sie ja eigentlich quasi als Kostentreiber darstellen, wo sie es gar nicht sind. im Gesamten. Und ich hoffe wirklich, dass wir dazu noch Lösungen kommen, weil die Physiotherapie ein wichtig Bestand ist von der Bundesländer. Das wird aber wahrscheinlich die neue oder der neue Bundesrat eher dann lösen als nicht der Alain Berset. Das könnte eng werden. Definitiv, genau. Sind wir gespannt, wer das macht. Vielleicht jemand von uns. Die Chancen sind nicht ganz ausgeschlossen. Also nicht von uns zwei? Nein, das ist nicht. Also, ihr könntet immer noch bis zum Freitag von Klebe. Nein. Ah, nein, ist abgelaufen. Die interne Frise, ist schon lange, aber... Ja, das ist mal aber die Chancen von SP ist nicht ausgeschlossen. Kommen wir zu der Frage. Selig, wie war das Spiel von den Schweizer Nazis am Samstagabend? Ich bin am Samstagabend in der Schweiz in Kosovo schauen. In Basel tatsächlich ein nicht formuliert mittelmässiges Spiel der Schweizerischen Nationalmannschaft. Aber ich durfte mit dem Islam mit dem Neuen Nationalrat und Elisabeth Baumschneider das Spiel schauen. Und wir hatten es zumindest lustig. Lustiger, als das auf dem Feld passiert ist. Ich war übrigens auch in Basel. Aber nicht im Spiel. Nein. Mehr Asylgesuche aus Afghanistan. Haben wir für all diese Leute überhaupt Platz? Es hat den Sommer die Änderung gegeben, dass Afghaninnen einen sicheren Aufenthaltsstatus bekommen, weil sie ihrem Herkunftsland gefährdet sind. Aber die Zahl, die jetzt gestiegen sind, bedeutet nicht, dass mehr in die Schweiz gekommen sind. Es sind noch 50 Afghaninnen neu gekommen, sondern dass die, die schon da waren, einen neuen Antrag haben können stellen. Deine Kommentare, Cedric, zu den Wahlen in Argentinien. Ja, ich bin recht verschrocken heute Morgen, wenn ich das gelesen habe, der Kaviar Millet, ein wirklich rechtslibertärer, zum nicht formulieren, wo Präsident wurde, der quasi den ganzen Staat hier zerstört. Ich kenne mich zu wenig aus in argentinischer Politik im Detail, aber das macht Sorgen, das klingt recht nach mindestens Trump. schau dir deine Fernsehauftritte im Nachhinein amix noch an. Ehrlich gesagt, recht selten und recht ungern. Mir langen amix schon die Ausschnitte von irgendeiner Arena-Sendung, wo ich mich sehe und denke, oh Mann, okay, ist gut. Von dem her, ich versuche es für mich ab und zu zu machen, um herauszufinden, wo ich noch etwas besser hätte, könnte ich sagen. Psychiatrien sind überlastet, Jugendliche im Gefängnis, wieso ist das erlaubt? Das ist ein massives Problem in der Schweiz, die Unterversorgung mit psychiatrischen Dienstleistungen, insbesondere für junge Menschen und dann lösen sich leider sehr schlecht behelfsmäßig damit. Wir kämpfen im Parlament dafür, dass das ausgebaut wird. Es muss ein Recht sein, psychiatrische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Der Strommangel, wird das wieder ein Thema in dem Winter? Aktuell ist es ein sehr viel kleineres Thema als zum Beispiel letztes Winter. Es gibt ja keine Aufrufe, die Heizung abzustellen oder nicht in die Zaunen zu gehen, aber es bleibt sicher ein Thema auf der Doktorandenliste und die Lösung ist ganz klar weggekommen von Strom und Gas, mehr erneuerbare Energie und Stromeffizienz. So, Montag wissen wir, wer für die SP in den Bundesrat könnte gewählt. Und dann verraten wir, wer wir wählen. Genau. Genau. Auch das werden wir am nächsten Wendig nicht machen, aber hoffentlich mit spannenden Themen. Dabei sind ihr hoffentlich auch. Wie immer, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, E-Mail an meyerw.muth.sbschweiz.ch oder in Kommentarspalte. Ihr könnt den Kanal abonnieren, nein, das ist blödsinn, ihr könnt natürlich den Podcast abonnieren, je nachdem, auf welchem Kanal ihr ihn schaut oder hört. Der Freitag, Samstag, die wichtige Fraktionssitzung, die am Montag sicher überbricht, wie das Ding gelaufen ist. Wenn ihr Lust habt, schaut und hört doch wieder ein. Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020